Hier sehen wir das Mittagessen. Schöne Bade und Kinder. Beim Mittagessen einfach ein Gemüse. Ein bisschen Pizza. Lecker, lecker, lecker. Hallo, lecker, lecker, lecker. Sieht super lecker aus. Matthias, Matthias. Hier haben wir das schöne Salat-Buffet. Sieht ganz, ganz lecker aus. Super toll. Nachttisch-Buffet. Hier haben wir Käseflatte. Hier ist wieder Speisesal. Er ist ziemlich groß und laut abends. Das ist das Einzige, was ein bisschen nachteilig ist. Er ist halt schon sehr laut. Ich kann nicht mit mir das wieder vergleichen. Er ist halt schon. Ich kann nicht mit mir das glückchen. Ich kann nicht mit mir das glückchen. Hier habe ich auch gemerkt. Es geht um hier.